hallo freunde auf unserem kanal wir zeigen euch heute ein video von den aquapark die männchen zubehör babies und erwachsenen und als erstes gehen wir mal zu den erwachsenen rüber hier sind alle erwachsenen ihr könnt euch ja schon denken und welche setzt die stammen und auch das sind meist alle menschen vom aquapark dabei außer der hier der ist von der küstenwache der mann mit den blonden haaren der von der küstenwache aber sonst sind alle vom aquapark aber der mann von der küstenwache tun ja auch zum aquapark und der hat ja auch beide sachen an ja und wir gehen jetzt mal rüber zu den kindern also die kinder sind daher die sind glaube die sind alle vom aquapark zumindest auch der taucher da mit der braunen hautfarbe ist auch taucher und die mädchen das in der gemischt sind mehr mädchen als jungen sich da gerade ja vier mädchen und drei jetzt gehen wir mal zu den babys hier sind die babys das sind zwei mädchen und eine junge was ist der junge der hier können und der ist in der badehose und das ist ein badeanzug und das ist so ein badeshirt und das ist auch jetzt mal ist das junge dass da nein das ist ein mädchen und die mädchen haben wir nur baden oder bikini die jungen haben eher eher badehose ja das stimmt und hier ist noch mal die zusammenfassung von der oberen ansicht und hier die quer ansicht und die normal ansicht und ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja gibt ein baum nach oben und abonniert unseren kanal lasst auf jeden fall ein like da und wie immer kommentare schreiben ich würde mich mal freuen wenn mehr kommentare zu sehen sind wie immer nur eins oder zwei oder keine am besten ist kommentare schreiben weil dann weiß ich ob es noch weitergehen soll oder nicht und schaut alle das video an ich würde mich freuen wenn es mal mehr ansehen würden dann würde ich mich super riesig freuen wirklich ich bedanke mich auch schon für die videos und was ihr immer anseht und auch ein like da lässt und kommentare schreibt das mag ich von euch und wenn das video abermals aufgerufen wird das mag ich einfach da bin ich so glücklich das macht mich so glücklich und hinterlassen kommentar und dann sagt mir auch schon bis zum nächsten video